Wow, okay. Daraus sollte ich wohl nicht achten, ne? Alter, geht's noch? So. 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 Komm. What the hell? Hmm. Got me seen. Hmm. Hm... Ich muss hier hinten anscheinend noch weiter da unten. Okay, was zu sammeln? Ahhhhh! Ähh, er läuft sich halt doch manchmal noch ein bisschen, sich um zu kümmern. Jetzt ist er ausgeschaltet. Sehr gut. Großartig. Ich weiß doch, warum mir das bringt, weil ich kann jetzt gar nichts machen. Da. Guck mal was ab, nö. Ach nö, oder? Geil. Sehr nett. Who the fuck is this? Aquaman? Nö. Guck mal. 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 Ah, den Generator verschüttet, alles klar. Manchmal erkennt man nicht so richtig, was es sein soll, aber man haut einfach drauf. Dann, dann kommt man schon klar. Ich sammle hier jetzt eigentlich noch ein paar Munzen ein. Weil ich es kann. Ich bin auch lang nicht auf dem Superhelden-Status hier. Okay, deshalb hau ich einfach meinen Computer. Das ist auch eine gute Idee. Mach ich auch immer, wenn ich in eine Rage gehe. Gerade, wenn ich Luke of Legends spiele. Ähm. Was hab ich denn jetzt gemacht? Hm, hier kommen die weiter. Okay. Also hier. Hm. Hm. Ich bin da. Ich bin da. Da. Ich seh nichts. Das ist echt schrecklich. Ich hoffe, ich muss da nicht lang, weil ich seh nämlich wirklich nichts. Ich nehme was über sie. das ist ja alle schießen kann ich auch nicht es ist sehr nagelig warum man nicht sieht wo man hin muss das kann ich offensichtlich nicht machen was auch immer das da ist ich weiß nicht was ich tun soll ich muss hier weiter gehen die kiefig gezogen werden genau das ist ja der hier so und irgendwie ich dachte hier wäre jetzt so ein schalter oder so oder hier warte mal kann ich von der anderen Seite na komm schon da tut sich was ich traf es nicht gerade endlich müsste ich doch den einfach jetzt ja okay ich möchte es gerne allerdings muss ich dazu erstmal hier raus kommen ja leute ich habe keine ahnung ähm ich denke ja dass ich das hier irgendwie aufmachen muss aber da komm ich auch nicht raus oder halten sie ja mach ich ja aber ich kann es leider nicht gut halten ich unter wasser bin und das zeigt er an wenn ich nach oben komme und ich muss irgendwie achje alter ja 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 ich bin ich da ich bin ich da okay Puh, das war anstrengend. So. Aber weiter geht es. Geil. So. Freunde der Nacht. Liebe mir. Steine, Steine, Steine. Steine, Steine, Steine. Steine, Steine, Steine. Geht mir mehr Steine. Steine, 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 Steine. Noch mehr Steine. Steine, Steine, Steine. Ich höre mir zu die Steine. Das hat Bedrängung, oder? So. Das ist Büro. Das ist Padman. Nicht, nicht. Arm. Niemand. Der Hüß, der hat ungestraft meine Betthüle. Jetzt mal wieder Steine sammeln. Nö. Dann gucke ich gleich. Ich will erst hier hinten gucken. Ja, ich glaube schon mit diesem Frostanzug von Robby. Ja. Ich bin sehr gut. Oh nein. Hm, ja doch nicht. Ich hab jetzt gedacht, dass ich den auch entführen muss. Das ist ein Blauer, komm her. Ja gut. Oh, springen kommt man in die Schale voran. Hm, okay. Da halt auch.